13.000 rivalis verzockt schade ja da muss halt noch ein paar stündchen zugucken da kriegst ja wieder welche ja niemals mal recyceln alles verkaufen das gibt es ja irgendwie aber eigentlich auch einfach alle zu viel so scheinbar gewinnt irgendwie nur mit dem mars alle anderen verlieren gefühlt vielleicht schummelt mit dem mittel maß genau ich muss ja auch noch was von ihm war jetzt kann er mit meinen ja genau dazu mit mittelmaß wie war das jetzt also das hier und was war das andere den hier ja das mission ja das und sehen und mit anderen machst du den daumen nach dem macht den daumen und damit macht das hier und das video lang auf youtube hoch du bist genau das gute nacht und ich nicht wusste ja gute nacht ganz wenn ich gerade dass er dann gewiss einschalten ich habe eine woche wir meinem echo und danke für den muffin irgendwie so einfach dieser kleine geist wir zeigen dass dann diese schrecklichen ließ ist dieser treu sauer was machen wir stellen euch jetzt ein challenge macht ein video wir zeigen dass red ohne scheiß wenn das irgendwer hinbekommen so viele leute eben wie mal schickt und solche sachen die zeigen dass die videos wir haben das noch nie gemacht dass wir machen ja wo sollen die wo sollen die leute uns das hinschicken denn wir haben doch eine e mail oder ja zum beispiel in unserer telegram gruppe zum beispiel dass ich habe meine infos kann ich glaube nicht hast du das denn gegessen und apelrotkohl eingeladen habe okay essens kombination hallo smider night cool dass eingeschaltet dass sie geht und ihr habt beide nur immer grund schaut ihr habt sehr merkt wie sehr seltene seltsame essens kombination auflauf habe ich noch nie gehört hört sich erst mal falsch an ja es ist kein auflauf im eigentlichen sinne dass eben die kartoffelpüree mit sauerkraut dann bekommt der paniermäh oder sowas darüber als bewusst also nicht mit käse irgendwie doch auf jeden fall das schmeckt besser als es sich an und meistens in einem messen schmeckt ich will dann nicht sagen dass nicht schmeckt das ist nur ungewöhnlich also kulasch okay aber mit rotkohle bei stelle ich mir ist wirklich eine ane ist auch eine sehr schwierige kombination aber ja war ja auch mit apfel oder ohne ist jetzt erstmal egal aber ich finde kombination gulasch und ok schmeckt ja das ist mir auch schwierig vorkommen was ich sagte wieder im alten raum das ist noch unser stream zimmer das angebot gerade noch beim letzten mal nur vorübergehend der weg noch fertig gemacht der war halt noch nicht soweit nur wir mussten halt auf die räumlichkeiten ausweichen das ist auch erstmal noch unser raum es dauert auch noch bis unten das alles fertig ist also das aber wir werden noch zwischenzeitlich mal wenn irgendetwas passiert jetzt ziemlich stressig mein privatleben ist ja moment ein bisschen stressig deswegen komme ich da da kommen wieder null zu irgendwas zu machen wieder ist das wieder auf jeden fall ich will auf jeden fall dauern bis da was passiert denn das kann man schon eher vorstellen und da war wieder ein badness das ist schrecklich naja so auf jeden fall ist mein online genau wir haben habe ich so da bock auf was und ich meine du wir kennen uns ja auch haben wir spielen hätte ich halt mal ins andere in die anziehung das spiel ja irgendwie mag uns borderline ist nicht so also noch mal extra für 200 und verlangen das man hat wir können sie auch die wahl deswegen kannst du mir das auch gerne per schicken es gibt eine challenge von uns für euch und zwar ihr müsst muss da wo es beides signature den daumen den und den gemischt aber mit der ein land den hier und mit der anderen macht ihr den wenn ihr das können oder nicht können schicken machen gerne video und schickt es uns und wir waren es beim nächsten mal doch mal genau du solltest nicht machen kann man das hier wenn wir in den nächsten streamen das mal einblenden und zeigen warum nicht ansonsten auch über die telegramm gruppe oder über die score nicht so einfach youtube und unsere privaten man hat gerne ja könnte gerne machen wäre lustig ja wie gesagt mit dem raum ist hat muss ja gar nicht schon beantwortet das wird noch ein bisschen dauern bis wir weiter haben können aktuell ist soweit dass der raum zumindest größtenteils leer ist bis auf die großen möbel die ich jetzt nicht rausgekriegt habe der raum zumindest leer das als nächstes kommt tapeter preis und gucken wie es wie die wand darunter aussieht dann die wand darunter ausbessern neu tapezieren und sagen wir sind noch ein paar raumaßnahmen verrichtung aber wenn sich wahrscheinlich bis ende des jahres werde ich da wahrscheinlich null zu kommen weil ich sehr viel stress auf der arbeit habe und dann nicht noch in meiner freizeit dann stelle ich verstehe ich mich auswohnen da muss ich ja natürlich auch indem er springt aufgeben dann denn ein gedinge ist oben welches gedinge lenkt und dann sagen schnitz metten mit mädchen in scheiben und verteilt das auf den sauerkraut in der auflaucht dann kartoffelpüree darüber und alles dann in den ofen fitter ja auch geht es ok hat sich das ist schon das zweite mal das schlaut ist gezählt jetzt kochen wir nennen es kochen mit bester feinde machen wir nämlich auch mal kochen mit bester feinde wenn wir springen über kochen wird total chaotisch aber ok man nimmt erstmal die pizza aus der verpackung bevor man die in ofen packt man diese plastikfolie ab macht den ofen auf zu und dann stellt man die temperatur ein wir müssen geld machen wir können nicht vorheizen falls das die frage das zieht sich das mal so vor uns für mehr life hacks wenn ihr wenn ihr das rezept haben wollt das stellen wir sehr gerne bei telegramm nachher rein von der pizza natürlich das ist immer noch unser koop game aktuell nächste woche gibt es einen nes versus bekloppe da haben wir auf dem auf der switch den nes emulator mal nach den ganzen versus games durch forstet und es sind viele wörter games unter anderem sehr viele sportspiele wie volleyball football golf fußball in den wir uns vermessen werden es geht nicht um die krone sondern es ist einfach ein versus viel und ja interessant also hier ist auch dabei ja wichtig also sind sehr viele nes sport games deswegen haben kamen auch die idee da können wir noch mal so ein special draus machen wo wir uns dann auch verschiedene nes games gegeneinander messen haben wir ja beide besitz einer switch sind mit dem emulator aber auf der weise nicht übeln wir gehen unbedarft an die spiele dran genau und da ich mit dem super mit dem wo angefangen habe groß geworden bin ach so ja genau hashtag schleichwerbung welchen kommt da ich mit dem super mit dem wo es geworden bin ist der nr ist vor meiner zeit gewesen und deswegen 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 ist das für uns beide etwas das bitte spannend wir gehen beide unbedarf an die spiele ran wer das spiel dann auch zuerst schaltet gewinnt dann vielleicht auch eventuell deswegen wird es lustig wir werden dann mini wettkampf daraus machen aus den ganzen games folgt sehr gerne auch retronomarkade deswegen dieses schürzt nämlich wirklich das war unbedarft angezogen wir werden von retronomarkade bezahlt dass er werbung für die machen deswegen wie anfangs erwähnt wir sind käuflich wir haben die nur sehr gerne deswegen machen wir gerne werbung für die wenn ihr bock habt auf retrospiele dann schaltet auch gerne mal über den rhein jetzt letzten freitag haben sie gut gespielt da wohnt kinder ja ich liebe dieses spiel das spiel ist super lustig bei den kindheitserinnerungen wach auf jeden fall eine coole spiel sie haben es bis zum endboss geschafft ich bin dann tatsächlich doch noch so weit geguckt ich habe was dass sie bis zum endboss gekommen sind aber den haben sie dann in der zeit leider nicht mehr geschafft das machen sie soweit ich weiß beim nächsten mal vielleicht nächsten freitag ich was so können muss ich drücken nächsten samstag ist in bosco kloppen nächsten samstag kommt ihr den samstag normales ist auch freitag immer euer tag doch freitag habe mich schon gewundert genau nächsten freitag 19 uhr ich fand mich immer mit unseren uhrzeiten also wie gesagt nächsten freitag 19 uhr auf weg um akade auf twitch auch wenn wir schon mal dabei sind ja schon mal dabei sind werbung für die hause wäre ja wir müssen noch warten das war doch wenn wir wären während erwarten aber es noch zu früh ja ja ich dann auch nächsten samstags seid ihr bei radio parallax auf dem da ist das schon wieder soweit ja dann auch nicht schlecht ja das ist ja wie gesagt heute ist unser tablet das wohl hat den dienst verweigert deswegen müssen wir alle schaut was wieder per hand eingeben und funktioniert alles nicht so ganz wie wir das gewohnt sind die worte sich das tablet mit dem laptop verbinden und deswegen alle schaut uns jetzt der hand wieder wie früher sehr genau da er uns gerade besucht hat schaut auch gerne mal bei lima prime rein jetzt soweit ich weiß wenn ich es richtig verstanden habe sein umzug beendet das heißt er streamt jetzt wieder hat zuletzt am donnerstag ich weiß nicht wird es am donnerstag sollte sich das dann nicht drehen ja aber das mensch war spinnt das rum auch ein bisschen warten das war glaube ich für noch ja okay er streamt jetzt wieder nach seinem umzug jetzt hat er zum beispiel am vergangenen donnerstag mit seinem kumpel street taker voll greif gestreamt folgt ihm gerne super lustiger typ super angenehmer mensch ich liebe seine art und humor sind auf einer wellenlänge hat super viel spaß schaut gerne beim rhein lassen sehr gerne von oder wenn bei uns gefällt was wir hier tun könnt ihr selbstverständlich auch ein follow da lassen da sind wir euch nicht böse drum alles hilft uns weiter genau macht mal wie wir machen wir ich habe die ganze werbung für andere gemacht dann was hier noch kann man diese spiel müssen das spiel aber neu starten herzlichen glück und damit ihr seht auch warum damit ihr nicht denkt das ist unsere technische fehler sondern das ist schon wieder ein schweizer löschung das heißt wir müssen das spiel einmal neu starten also labern wir noch ein bisschen länger weiter um das spiel mobbt uns ja die heute ist echt so und der technical difficulties thema waren eigentlich unsere noch nicht mal unsere schule absolut ausnahmsweise das tempel können wir nichts für internet zahlt wird dieses diese technik gelöst ja wenn das spiel ich wollte sagen was die polis bei uns machen könnte heute im borderlands als sie einen schiff der kommt hat und das ganze mit dem winter counter im video koppelt ist könnt ihr uns nicht bad ass gegner das sind besonders starke gegner in spiel rein spornen und könnt ihr noch mit verschiedenen bachs versehen dass sie stärker sind und sich heilen und den zehnten uns gewaltig auf den sack gehen auf deutsch gesagt ja das stimmt reicht ja nicht schon dass ich mit ihm stream und er mit ihr könnt uns auch noch auf den sack gehen ich wollte ich wollte mich damit sagen dass sie also nicht falsch verstehen hier geht uns nicht auf den sack ihr könnt aber wenn ihr wollt ihr könnt aber wenn ihr wollt wir haben euch gerne also sollte jetzt nicht so sein dass sie uns auf den sack geht sondern ihr wisst schon cool dass ihr alle am stüssel seit wie gesagt für uns dass das affen scheißen geil dass sie hier seit wir versuchen es gibt einen neuen sound der wurde für uns extra aufgenommen ja schon geschickt geschickt ja wir müssen halt noch implementieren und wenn wir hier ist darüber tag so ein risiko vertag nicht aber ich wollte es etablieren also geht weiter gut weiter geht's wir können wieder ins spiel schalten hallo hier ist rechts von links niemand und dumme leute sind recht genau die marktung schieben auf und seien achten scheißen weil das ich werde es noch abkürzen wahrscheinlich dass ich lang sein aufgrund von dem maß voller idee natürlich die menschen scheine wie man sie kann also wenn man gerade die tolle idee das ist ja niemand den sound auch mit acht scheißen weil das hat er getan, hat uns auch zugeschickt, wir müssen das nur noch einbauen, dann habt ihr ein neues Tumando, was ihr benutzen könnt. So, und auch die Frage von Slautie, ob wir wieder spielen dürfen, das bezog sich auf die letzte Challenge, gestellte von CuxaFan 2, da durften wir eine Mission lang nicht springen, aber da es mir jetzt gelaufen ist, könnt ihr wieder mit Ausfuhrzeichen aus... Nein, doch. Ich kann heute echt nicht sprechen. Nein, doch. Ihr könnt dann mit Ausfuhrzeichen-Challenge uns eine neue Herausforderung stellen. Nein, doch. Jetzt geht das wieder los. Und sollten wir die nicht bestehen, bekommt ihr von uns einfach so, weil wir zu doof sind zu spielen. 500 Pivalis auf die Quelle. Nein, doch. Einen Moment lang war es friedlich. Das möchte ich nicht. Was ist los hier? Helmut, lass doch. So. Ich mag den Rücken, gerne Knöpfe. Nein, ja. Ich vergiss nicht, mich Gottkönigin zu nennen, wenn du mir später dachst. So cool, die frieren die ein, wenn ich diese Attacke mache. Guck mal, tsching, eingefroren. Welche Attacke? Ich halte mich. Hier mit diesen... Ich bin immer wieder gut geheilen. Ja, so. Super, lieb. Danke, der Reto-Nomarkade. Habt euch auch gern. Gut, da hat sich viel Sound. Danke, wie es ihn wussten. Dieser kann so einziehen. Hier ist toll, dass ich keinen Sound hab, der mir auf den Sack geht. Du sagst das nämlich, wahrscheinlich. Gleich bin ich einfach nur Knöpfe, als so. Ja, das jetzt kann sein. Genau. Schaut einfach mal, wie schaut ihr hier schon damit. Baut an verfügbaren Sounds vorbei. Ich glaube, ich sterbe. Bist du nicht, ich bin schon gut. Schön, grausame Welt. Oh. Challenge von Reto-Nomarkade. Haben wir grad ne aktuelle Mission eigentlich? Nee. Achso, doch. Bitte. Corona. Okay. Ja, dann schreib mal eure Challenge hier in den Chat rein. Wir sind gespannt. Wir werden die dann bei der nächsten Mission angehen. Ja, oder? Bei der, ich weiß nicht, wie wir hier schon vorgeschritten sind. Ich weiß nicht, dass wir vielleicht die Küken kriegen und dann die Challenge geschafft haben. Ist ja gut. Soll er fair bleiben. Ja, da ist er doch schon hier, der Ho-Rona, oder wie heißt. Mal gucken, was ist er eigentlich? Ich weiß nicht, was ist er eigentlich. Der Code ist er. Oh, dude. Oh, tschüss. Jetzt geh und such seinen Lampenvorrat. Mein Schicksal wird ungeduldig. Ein Schicksal? Ich dürfte nur noch als schwächste erste Waffe bezahlen. Oh nein, okay. Ja. Ja, gut. Erste Waffe ist aber dann, äh. Ja, aber ich müsste dann gleich mal gucken, was die schwächste Waffe ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich das Schafschützengewehr bei mir. Ich nehme bei mir das Schafschützengewehr, weil alle anderen Waffen, damit spiele ich schon. Das ist dann regelmäßig. Der Schafschützengewehr ist einfach nur so dabei. Boah, das heißt aber auch, wenn sie irgendeine Scheiß-Waffe aufsammelt, müsste ich ja die schwächste Waffe nehmen. Dann müsste es ja... Oder, äh, die Schafschützengewehr nimmt. Ja, dann... Ja, okay, okay. Dann nehme ich irgendeine aus dem Nimm. Okay, was, was? Nee, dann guck ich mal eben nach. Ich check mal eben, was meine schwächste Waffe ist. Dann nehme ich das jetzt schon. Weil ich... Ich glaube, das kann man super während der Laufen Mission machen. Wenn das für euch okay, dann machen wir es jetzt während der Laufen Mission schon. Ansonsten startet man die Challenge mit der nächsten Mission. Wie langst du... Lebst du... Ja, okay. Ich nehme einfach irgendein... Ja, hast recht. Und dann nehme ich irgendeine aus dem... Ich dachte immer, ob das für euch okay ist, dass wir das jetzt während der Laufenden Mission machen. Sonst würden wir das bei der nächsten Mission machen. Okay. Hier so... Die grauen Waffen sind in der Regel die schwächsten. Ja, die... Dadurch, dass ich jetzt keine Lust habe, großartig zu vergleichen. Nämlich jetzt einfach mal diese graue Pistole. Oh, das erkennt man da... Okay. Für die, die sich fragen, wie man ganz schnell erkennt, wie stark oder die Schwachwaffen sind. Unten links ist eine Zahl. Ist so niedriger, weil da... Wenn dann war da auf der rechts in dem Menü bei den Waffen bist. Unten links eine Zahl. Ja. Bei 411. Daran erkennt man den... Die... Die Qualität der Waffe. Deswegen dieses... So ein Durchschnittswert quasi. Genau. Okay. Das ist da... So kannst du ungefähr abschätzen, wie stark oder wie schwach eine Waffe ist. Ich nehme einfach die mit der niedrigsten Zahl. Ja. 301. 341. Okay. 100. Wow. Ey, ich schwörst du damit töd ich nix. Ich sag mir jetzt schon mal. Whatever. Hast du das? Warum habe ich denn der Reifel? Guck mal da... Ach nee, der... In dem Fall ist jetzt oben links, ne? Bei mir... 365 ist das richtig? Genau. Okay. Danke. Wir tun noch mal Kader für diese tolle Challenge. Warum zur Hölle habe ich nur Level 5? Im Winter. 285. Ich geh bei mir das... Ich hab noch Glück. 285. Ey, ihr seid... Ey, ihr seid echt. Ey, ihr seid echt. Positiv. Bist aber noch dreistellig. Ja. Das ist so. Was uns jagen. Ich schwörste, die macht null Schaden. Ich werde eine ewig und drei Tage. Also ist das okay, dass wir das jetzt schon angehen. Ja. Ich mach eh kein Kühlsch. Kannst du jetzt schon mal sagen. Ich hab 285. Das ist die, die ich ja ausgerüstet hab. Diese... Auch bei dir auch SMG? Ja. Das wird super. Hoffentlich haben wir noch genug Munition. Du bist noch nicht rein. Ich hab voll vorbei. Oder? Ja, ja. Ey, ja. Aber coole Challenge. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt irgendwas damit reißen kann. Aber bei mir ist das jetzt 285, glaub ich. Oh man. Geht los. Du weißt, was zu tun ist. Und wenn nicht, geh und tausche die Lampe aus. Ich glaub auch bei SMG, ich hab diese ganzen Munitions-Power-Ups, dass man hat mehr Munitionsgang kann. Das ist ja gar nicht. Boah. Boah. Und dann wie langsam der Streifen guckt dann geht er so sehr übel. Bei dir geht er wahrscheinlich überhaupt runter. Und dann passiert wahrscheinlich gar nichts. 8, 9 Schaden. Wie viel Schaden machst du? 56. Ich hab ja jetzt auch knapp, ja knapp dreimal so viel wie du. Ich hab 285, du hast 500. Oh, jetzt mach ich sogar 10 Schaden. Guck dir das machen wir mir an. Darf ich die Amivo der Karten nutzen? Amivo Karten nutzen? Ach so. Ja, kannst du fertig, was du noch da bist. Denn es geht voran. Ja, so sieht es aus. Ich bin schon tot. Benni D. So. Ja, was zumal. Äh, Frage. Ich. Ich hab zwei Jahre spiel, du? Äh, ich hab die Ami. Äh, Fettamt. Ich hab die auch erst viene. Ja, jetzt frag' ich. Äh, wenn ich jetzt gleich keinem Nutze. Kann ich ja benutzen können. Wenn ich jetzt gleich keine Munitions-Kommunikation mehr, wechselt mir automatisch, die Wachtung? Gut. Weil ich gerade jetzt auch von mir gerade mal Munition herzuschieße und dann, äh, äh, ich weiß nicht ob meine munition reicht für diesen ich kann ja auch meine bilder ansetzen auf karten oder am lieben sind meine frage so das ist ein fachbegriff kammerjäger speichern willst dann würde ich sagen die karten fröhlicher ist und der wien als wir vielleicht so für ihn fühlt sich das wahrscheinlich auch ein bisschen wie so eine massage weiß er sieht auch sehr verspannt aus mal eben ganz zu werden kannst du wenn er daten drauf sind ich darfst du die daten nicht löschen alles ansonsten noch freie bahn freie bahn mit marzipan aber das ist die frage geklärt genau das wollte gut also bitte keine daten denn raten draußen die flöschen ja ich habe einen getötet glaube ich das hast du 30 stunden später ich habe mich nicht nur noch das scharf die spruchten die hier ist es mal wie aus smg wechseln ich bin mit meiner waffe mal keinen einzigen kühlen glaube ich, sondern eher mit Fähigkeiten und der Umgebung, aber du hast wenigstens noch irgendwie einen Effekt, ich glaube da einfach finde ich hier noch nicht mehr das. Obwohl ich es gerade lese, der ist, wie gesagt, ihr könnt wenn ihr an Twitch-Shift-Kontor-Verknüpfung habt, uns Gegner in den Chat in den Spiel. Ich würde mich gerne wehren, aber ich schieße mit Platz-Kartonen, naja Luftgewehr, würde ich sagen. Ich bin gerade heilfroh, dass ich kurz vorher noch meine ganzen Waffen verkauft habe, die Scheiße. Hätte ich mal. Ich habe eine Level 5 Waffe dabei gehabt. Ich habe keine Ahnung, Alter. Normalerweise, wenn man Wochen einsammelt sind, ungefähr in einem Level, in dem man selber ist, ich weiß auch nicht warum, ich war gerade erschrocken. Geben, 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 Geben. Geben, 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 Geben. Ich werde sie wiederbeleben. Nein, nein, nein. Das ist ein bisschen nützlich machen. Ich kann es auch nur. Mein Mädchen ist auch... Ja. Dankeschön dafür. Oh Mann, waren doch die Tüten schon gut? Aufgerechnet jetzt kommen auch noch diese Event-Tüten. Oh, super. Super. Super Timing. Das wäre das perfekte Timing, um so einen starken Badass-E reinzuschicken. Wir haben uns kaum wehren können. Oder ich zumindest. Dann scheint mir ein bisschen Charme zu machen. Ja, ja, allgemein. Ich sage ja, kurz vor dieser Channel habe ich noch nie. Wir spielen die Challenge bis zum Ende der Mission. Die komplette Mission. Genau. Bis die Mission Ende. Im Moment ist das noch. Ersitze die Projekte. Wow. Schlau dir jetzt den Glückwunsch. Du hast jetzt schon wieder gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die 120 Rivali. Du Otto. Du Otto. Du hast ja auch Fragen. Nimm du ihn. Ich bin so schön zum sterben. Ich sag mal. Ich will nicht, alles richtig gemacht... Super rasender Badass-Golai. Ja, toll. Aruna, Golai, wenn das nicht die Typen, wenn man den den Kopf abschießt, dass die noch böser werden? Ja. Schön! Aber das ist der von der Bank. Golai's National Bank. Ah. Insider-Kennen. Golai's National Bank von How I Met Your Mother. Ja, so sieht's aus. Oh Gott, ey. Bounds sind immer gut. Wir haben fast geschafft. Aber noch ein bisschen Munition. In dem Moment von Gustit sagt dann... Nein, hast du gar nicht. Oh, jetzt kommt dann auch der Mega Rasen. Und das war der Grüne gar nicht. Der Grüne ist irgendwo dahinter. Ja, super toll. Hallo. Oh, schön. Ich hab wieder 24 Schuss. Wobei, ich mach damit gar nichts. Ist okay. Hallo. Ja, versteck dich einfach mal hinter mich. Ne, ich versuch die Gravier zu beleben. Ja, ja. Du würdest dasselbe für mich tun. Zurück zur Jagd. Oh, guck mal, wie süß. Die kämen gegeneinander, oder was? Ja, geil. Ich geh einfach nur weg da. Oh, das ist ein witzig. Das hab ich ja noch nie gelebt. Da fliegen Granaten. Da geht man da weg. Auf was? Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo Munition kriege. Das hab ich ja noch nie erlebt, dass die Gegeneinander kämpfen. Was mit dir denn? Was bist du denn? Ich geh doch mal einer hinter uns. Nie ist die Schau. Alter, gib alles. Der ist ja lustig. Ich soll ihn noch nie erleben. Popcorn? Ah, der kommt doch nicht hin. Irgendwie scheint das mit dem... Ah, yo, genau. Die Sounds funktionieren heute leider nicht. Weil das waren Sounds, die über das Tablet gesteuert wurden. Ich glaube, die sind leider nicht aktiv worden. Der hat mir irgendeinen Kopf geballert. Dann der Schwein. Oha. Ich bin wiederbelebt. Anliegst du? Ja, das mit Stern aufgehängt. Oh, das Täter sich nicht aufgehört hat. Das wird ja total lustig jetzt. Ich hau einfach mal drauf. Ich hau einfach mal drauf. Ich hau einfach mal drauf. Bisschen vielleicht. Ja, ja. Das gute ist, dass ich noch Munition hat in meiner Spitzenwache. Ja, auch da. Mann, wof. Ja, ja. Ich hab' anzugucken, hätte vielleicht Munition sollen. Oder ich. Ich hab' ja. Aber wann ist da? Guck mal hier, was hier rumfliegt. Ich hab' da sauer auf mich. Ja, da. Ich hab' in die Munition gesammelt. Ich hab' wieder viel über die Schuss. Der wirkt ein bisschen angepisst. Aber er kommt ja nicht raus, kann das sein? Keine Ahnung. Ich bin wieder tot. Ach, Alter. Doch, äh, er ist ausliegt. Hat mal still. Kann sich nur um Stunden handeln. Hm. Bisschen gehen hin? Ich geh' mal an die Seite. Ich komm' grad nicht zu dir. Ich komm' grad nicht zu dir. Nein, er schmeißt mit Dinger. Schmeiß mit Dinger. Oh mein Gott, Alter. Das geht mir nochmal gerade. Geile Challenge. Scheiß-Teiling, aber geile Challenge. Und guck mal, ich kann hier hoch. Ich kann flüchten. Ich lauf weg. Oh mein Gott. Irgendwo muss ich jetzt erstmal Munition her, sonst dauert das hier nur ewig. Er setzte die Projekte, aber wo müssen wir denn hin? Wir müssen ja nicht gegen alles kämpfen, fällt mir gerade ein. Pinkel dieses Mal aber nicht drauf. So wie ich nur mach' gerade am Freitag in dem Battle Royale drauf. Genau. Warum auch einfach, dass man einfach übt. Ja, irgendwie. Auch immer. Genau, wir müssen ja nicht gegen alle kämpfen. Wir können auch einfach durchlaufen. Das war ein sehr geiler Stil. Ich hab mich statt gesagt. Warum? Ich geh doch durch. Ah, schön was. Ich lass' eben was platzieren. Ich glaube, wir haben die Bisschen ungeschaut. Ich probier's mal. Ja, wohl. Bring mich zu meinem. Achso, stimmt. Wir müssen ja im Kinofilm abspielen. Endlich kann ich meinen Eltern sagen, dass ich... Aber ich hab' wieder Munition. Ich hab' mir übrigens gar eingefallen. Ich hab' hier aber auch... Ich hab' den Film angucken. Ja, da guck' du den Film an. Ich kümmere mich hier im Video. Kann sie eh nichts machen. Wo bin ich wirklich? Was ist wirklich real? Ja, da hast du vollkommen recht. Oder habt ihr vollkommen recht? Wir haben es verdient. Niemand legt sich mit Goofy und Max an. Wenn? Dann sollen die Spuren bekommen. Vielleicht wieder keine Munition mehr. Aber wenn ich falle, wirst du mich dann fangen? Oh, wenn ich falle, wirst du mich dann fangen? Oh, der Effekt bleibt noch der Effekt. Ich kippe ich. Weil so lange geht das nicht mehr. Das war's. Oh, hallo ich. Sack. Was auch da hatten wir? Ich weiß nicht, wie ich hier noch stärker gar nicht meinst du. Und so endet das. Seltsam, oder? doch so dass wir das leben ich glaube ich glaube nicht ich mag also witzig und der kommt ja nicht dran jetzt gibt es noch mal zurück zu dir ich bin wieder alles von den gegnern was soll das nicht dein ernst wenn es auch gebraucht ist oder ohne dass mich jetzt das ist dann das schild auf brote das ist das gute sogar nicht aufwärts mit dem netz umgebracht ist doch kein abschließend damit reifen was ich gerade auch mit reifen geworfen du bist die nummer eins kammerjäger gleich nach mir also bist du doch nur die nummer zwei was auch gut ist dank dir werde ich jetzt für millionen von jahren berühmt sein kammerjäger das kann ich dir nie zurückzahlen aber ich will es mit all diesen bündeln geld versuchen auch wenn ich jetzt entschuldige ich muss meine dankesrede üben abgeschlafen